Herzlich willkommen zum Zürich-Info. Gabriel-Feeling auch in luftiger Höhe. Eine Weltpremiere in der Schweiz, entwickelt und baut von fast ausschliesslich Schweizer Firmen. Die erste Gabriel-Seilbahn aufs Stanzer Hornue hat auf dem Dach der Gondel Platz für 30 Passagiere. Acht Monate wurde daran gebaut und noch bevor die neue Bahn auf die Sommersaison aufgeht, konnte René Birrer schon auf Testfahrt. Blick auf ein wunderbares Panorama ohne lästige Glasscheiben vor dem Kopf. Möglich macht die erste Gabriel-Seilbahn der Welt. Entwickelt hat die Weltpremiere die Innerschweizer Seilbahnbaufirma Garavinta. Der Projektleiter ist stolz, dass bei der Testfahrt alles reibungslos läuft. Nach zwei Jahren intensiver Arbeit sind wir fünf Minuten vor dem Ziel. Und für mich ist es eine riesige Entspannung, dass die Bahn jetzt richtig fährt. Notabene ganz spezielle Fahrt. Die Cabrio-Kabine hangt nämlich nicht wie bei einer herkömmlichen Seilbahn, sondern liegt zwischen zwei Tra- und Zugseilen. So ist die Sicht auf alle Seiten frei. Auf der 2300 Meter langen Strecke aufs Stanzer Hornue wird seit rund acht Monaten geboot. Über den Winter haben Spezialisten zum Teil bei minus 20 Grad alle Mästen hingestellt. Heute gibt es nur die letzten Feinarbeiten zu machen, bevor auch die Gäste in Genuss von einer Seilbahn Weltpremiere kommen. Es ist speziell, wenn wir uns etwas mitwirken an der Baustelle dort. Wir dürfen mitschaffen, was eigentlich etwas Neues ist, was wir vorher nie in einer Art gemacht hätten. Das ist eine spezielle Baustelle. Neben dem Bau der speziellen Mästen ist es für die Planer auch eine grosse Herausforderung gewesen, dass die Bahn nicht zu fest schwankt. Die Cabine ist voll besetzt 16 Tonnen schwer. Wenn diese Schwinge käme, würde es gefährlich. Das soll dank viel Technik aber nie passieren. Innerhalb der Cabine hat es eine Niveau-Regulierung. Sie sehen, wir stehen hier oben an der Seil und die Niveau-Regulierung lässt sicherstellen, dass es die Leute hier nicht hin und her schlägt, wenn wir über eine Stütze fahren. Das ist eine riesige Anlage, die hier unten ist und allein etwa zwei Tonnen wiegt. In gut sechs Minuten ist die Bahn hier oben auf dem Stanzerhorn. Aufs Cabrio-Dach können 30 Leute, in der Cabine hat es nur mal gleich viel Platz. Das ist die Tür. Von uns aus kann man hier fahren. Merci, Schluss. Der Jürg Balziger, Direktor der Stanzerhorn-Bahne, hat die Initialzündung gegeben für den Bau der welt-ersten Cabrio-Bahne. Angefangen hat alles damit, als er vor acht Jahren zusammen mit einem Freund oben auf dem Stanzerhorn ist, gut zu Nacht essen. Und weil wir haben müssen warten auf die einen Töchter, die ein wenig später sind, haben wir auf den Tischsitz verknüpft, wie könnte die neue Bahn aussehen. Und da ist plötzlich die Idee entstanden, dass das eine breite Fahrspur haben könnte und eine Cabrio-Bahn sein könnte. Und jetzt, acht Jahre später, läuft die Cabrio-Bahn. Seit 1975 hat da eine herkömmliche Seilbahn-Gest auf Stanzerhorn und dann wieder ins Tal runtergebracht. Die Bahnfahrt hat an dem Berg eine lange Tradition. Schon vor 119 Jahren ist da eine Stanz-Seilbahn auf Stanzerhorn rauf. Auf dem untersten Teil, bis an die Talstation der Cabrio-Bahn, ist die immer noch in Betrieb. Die Bahn dahin ist ein historisches Erbe, das wir verwalten dürfen. Und ich bin glücklich, dass wir sie so original behalten, wie sie ist. Und jetzt mit dem Neuen zusammen ist es wirklich eine Symbiose, die viele Leute begeistern wird. Obwohl die Cabrio-Bahn mit 28 Millionen Franken etwa ein Drittel mehr kostet als eine herkömmliche Seilbahn, der Fahrpreis wird nur zwei Franken teurer und kostet mit dem Halbtax hin und zurück 34 Franken. Am 29. Juni geht die erste Cabrio-Bahn mit Gästen rauf auf Stanzerhorn und auch die alte ehrwürdige Stanz-Seilbahn hier hinter mir ist dann wieder in Betrieb. Für Tele Zürich, Rene Birrer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020